So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und ich bin total fassungslos, denn ich habe die ganze Zeit gesagt, es gibt im Lichtfestival ein neues Shiny, beziehungsweise zwei neue Shinies und alle waren verwirrt, haben gesagt, hä, wieso, was soll das denn sein? Dann habe ich gesagt, ja, Elitzeba ohne sein Kostüm, ohne diese Schleife da am Hals und die Weiterentwicklung. Und das sind zwei neue Shinies, weil Elitzeba gab es ja bisher nur mit Kostüm. Jetzt könnte man sagen, das ist ja aber dann kein neues Shiny, das ist halt nur ohne Kostüm, aber die Entwicklung konnte man bisher nicht kriegen. Eigentlich wurde die auch gleichzeitig mit freigeschalten, ihr konntet aber nicht entwickeln, aber irgendwie gab es keine Elitzeba mehr. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie die Weiterentwicklung heißt. Zebritz? Elitzebritz? Oder nur Zebritz? Irgendwas so ähnlich. Aber weil heute Max Out Monday ist, wollen wir natürlich was Maxen, aber eben, weil auch Lichtfestival ist und die Sendung in die Länge strecken mit Elitzeba, weil ich trotzdem mal die Shinies entwickeln möchte und ich habe hier auch was, dass ihr den Unterschied nochmal seht, Und das ist das Elitzeba gewesen vom letzten Event mit diesem Kostüm. Man sieht ganz deutlich das Kostüm, oder? Am Hals. Das ist Elitzeba jetzt. Mit Kostüm, ohne Kostüm. Ist jetzt nicht so auffällig, ich weiß, sieht alles ein bisschen, aber trotzdem, man kann, wenn man genau hinguckt, sieht man das doch. Guckt doch mal, wie man das doch sieht. Es bleibt sogar so stehen, das wusste ich gar nicht. Egal. Das kann man auf jeden Fall nicht entwickeln. Das kann man entwickeln. Und weil das das Höchste ist, was ich habe, von dem ohne Kostüm, werden wir das jetzt mal entwickeln, kommt auf 444, warum nicht? Und dann ist was total Unglaubliches passiert. Wer den Fanshade heute verfolgt hat, der weiß, dass Elitzeba trotzdem nicht das einzige Shiny ist. Was es neu gibt? Und es gibt noch ein anderes neues Shiny, was ich einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wahrscheinlich so gut wie gar keinen auf dem Schirm hatte. Wenn ihr jetzt wisst, welches neue Shiny noch released wurde, beziehungsweise seit Anfang November man bekommen kann, was es vorher noch nicht gab, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wer es nicht weiß oder die Kommentare nicht liest oder wenn es keiner in den Kommentaren hat, werde ich morgen nochmal ein Video dazu machen, weil ich eh noch ein paar Sachen auffrischen wollte. Wartet also auf das Dienstagsvideo. Da werden wir alles, was wir in letzter Zeit verpasst haben oder nicht auf dem Schirm hatten, nochmal uns hochholen. Und gleichzeitig, ja, ich blicke gar nicht mehr durch. Jetzt in der Jenti geschafft es, mich zu überlisten und viele andere auch. Guckt euch jetzt mal die schöne Shiny-Farbe an. Dass das hier so, ich weiß gar nicht, was das ist, lila. Das ist eine lilane Farbe und das Coole ist, wenn ihr da drauf drückt, das ist so cool, wenn das angreift, dass das einfach so richtig strahlt. Das wird so richtig schön gelb. So, habt ihr auch einen Shiny-C-Britz, habt ihr einen Shiny-Ele-C-Baut, habt ihr eins mit Kostüm bekommen, schreibt es mal rein. Aber jetzt zum Kern dieser Folge, nämlich Giratina. Giratina, habe ich ja wirklich gesagt, ich habe einen Hunderter. Hier, das sammle ich XL-Bomb-Boms, als das letztens in den Raids war, damit ich das pushen kann. Am liebsten hätte ich aber das mit den Flügeln gepusht. Das ist nämlich das hier. Das Hunderter, was ich hatte. Vom 9.11.2018, deswegen ist das auch schon Best-Buddy. Ihr seht die Best-Buddy-Schleife hier unten dran. Giratina freut sich, ist ein hundertprozentiges. Und ich hätte aber gerne das hier gehabt mit den Flügeln. Jetzt ist kurz, bevor Giratina in die Raids kam, ist das als hundertprozentiges. Ist auch schon Best-Buddy. Ist das als hundertprozentiges bei einem Tausch entstanden, was ich auch richtig genial fand. Denn jetzt wusste ich, wenn Giratina reinkommt, ich habe beide als Hunderter. Und lass mir den Spaß nicht entgehen, beide dann noch auf Level 50 zu bringen. Während ich so am Raiden war, ist es aber passiert, dass es ein weiteres Hunderter gab. Wie viel hat das denn? Das ist dann 23. Nö, ist es nicht. Vielleicht sollte man einfach Giratina und vier Sterne eingeben. Giratina und vier Sterne. Weil ihr wisst, vier Sterne zeigt euch natürlich die hundertprozentigen an. Jetzt habe ich also ein Best-Buddy. 100% auf Level 40. Noch ein Best-Buddy, 100%. Nicht auf Level 40. Und den gab es zusätzlich auch noch. Und wir wollen jetzt natürlich was pushen. Und zwar wollen wir das hier nehmen. Wollen das auch mal auf 40 pushen. Weil das hier das mit den Beinen ist. Damit wir trotzdem noch eins da haben. Große Giratina-Max-Out-Folge. Das wird auf 40 gepusht. Das kam dann frisch rein. Das hier wird aber auf 50 gepusht. Das machen wir jetzt direkt. Das kommt auf 3.820. Dieses Giratina mit den Füßen kann man auch gut für die Hyperliga nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Wenn das jetzt auf 50 gepusht ist, ob das dann immer noch gut in der Hyperliga ist. Äh, beziehungsweise nein. Ob das dann gut für die Meisterliga ist. Aber in der Meisterliga nimmt man ja meistens das mit ohne Beine, sag ich mal dazu. Ganz gemütlich machen wir auch hier eine zweite Ladeattacke drauf. Wir haben ja genügend Bonbons. Auf der Suche nach den XL-Bonbons kriegt ihr eigentlich immer genügend normale Bonbons zusammen. Sodass ihr das problemlos immer auf 40 pushen könnt. Wir haben also noch 376 XL übrig. Wir haben 1.129 normale übrig. Feuer, Odem, Drachenklaue, Schattenstoß. Lass mal einfach mal so stehen. Welches Moveset würdet ihr da drauf packen? Auf das schreibt es mal rein. Ist jetzt also ein 100%iges, bebeiendes Giratina. Aber das heftige ist ja dann das andere, dass wir nämlich das Geflügel da haben. Und jetzt seht ihr gleich den Unterschied. Während das eine auf 3.800 kommt, kommt dieses hier auf 4.164. Und das braucht weniger Staub als das andere, weil es ja ein Lucky ist. Das ist ja das Gute. Vor allem es braucht von Level 20 auf 50 weniger Staub als das andere von 40 auf 50. Außer ich habe mich verguckt und dann statt 180.000 da. Es braucht auf jeden Fall nicht viel, nur 222.000. Finde ich auf jeden Fall richtig brutal. Das wird gepusht. Kriegt 1.533 dazu. Kommt jetzt auf 4.164. Drachen, Rute, Unheilböen. Auch hier natürlich noch eine neue Attacke drauf. Getauscht von Mäusekind. Ja, das Mäuse Giratina. Oder Giramaus, könnte man das auch nennen. Das ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen. Und ihr wisst ja alle, mein Meisterliga-Team besteht mittlerweile aus einem 50er Dialga, einem 50er Toggekiss. Und ich habe immer das 40er Giratina mit reingenommen. Jetzt kann ich eben auch ein 50er Giratina mitnehmen. 50er Giratina, 50er Dialga, 50er Toggekiss. Hier bei den Movesets weiß ich aber nicht. Drachen, Rute, Unheilböen, Spukball. Die sagen, mach Unheilböen weg. Spukball reicht, aber Unheilböen ist ja schneller verfügbar. Wie spukbar jetzt. Sollte man da wieder Drachenklaue oder irgendwas mit reinpacken? Was das beste Moveset? Darüber wird sich ja jedes Mal gestritten. Schreibt es mal rein. Wir können auch mal gucken, wie viel Giratina-Rates wir eigentlich insgesamt gemacht haben. Wir haben nämlich insgesamt, mach mal das drauf, 424 gesehen, 380 gefangen. Aber Giratina war auch insgesamt schon oft genug da. Ihr hattet das eine schon, das andere schon, dann das eine wieder als Shiny, das andere als Shiny. Jetzt war das wieder da, nur mit den Beinen, nicht das Geflügelte. Aber trotzdem konntet ihr natürlich XL-Bonbons für euer Geflügeltes sammeln. Finde ich deshalb also gut, auch wenn die schwache Form da war, dass man eben das Beflügelte damit aufwerten kann. Insgesamt 24 Glücks-Pokémon, also 24 Glücks-Trades gemacht. Und momentan bin ich immer noch auf der Suche nach einem 100% Terrakium. Da wollte ich es ja langsam angehen lassen. Und ich möchte euch nur mal ganz kurz zeigen, wie hier der Stand ist. 52 Glücks-Terrakium. Ich habe schon 52 Mal einen Lucky-Trade gemacht. Und immer noch kein Glücks-Terrakium bekommen. Richtig krass, oder? Das ist, ne? Ich wollte Terrakium als 100er, hätte ich eigentlich sehr gern. Aber ich habe gesagt, nachdem ich bei Darkrai so lange gebraucht habe, über 660 Raids für das 100er, werde ich es bei Terrakium ruhiger angehen lassen. Mittwoch ist natürlich die Raid Mania. Da wird wieder fleißig von euch eingeladen. Und ich bin am überlegen, ob ich doch vielleicht abends nochmal eine Raid-Stunde spiele. Es ist bald Weihnachten. Da gibt es wieder Geschenke. Da gibt es vielleicht auch wieder Google-Guthaben. Da könnte ich ja das, was bei Darkrai jetzt nicht draufgegangen ist, vielleicht doch bei Terrakium noch ein bisschen mit nutzen. Wir wissen aber auch nicht, was im Dezember für Raid-Bosse kommen. Wenn im Dezember aber ganz neue Raid-Bosse kommen, dann sind die erstmal eh uninteressant, weil dann wird der tägliche Pass gemacht. Und irgendwann, wenn die Shiny sein können, dann kann man ja gucken, dass man das Shiny kriegt. Wenn was zurückkommt, was schon mal da war, und jetzt als Shiny eingeführt wird, so wie Sekrom oder Regiram, da habe ich ja schon das 100er jeweils. Das heißt, das ist günstig, die dann auf 50 zu pushen, weil du nur die XL brauchst, aber das 100er schon da ist. Es reichen also 100 Raids statt 600 Raids. Das wäre auch erschwinglich. Vielleicht nehme ich mich dazu sehr zurück und könnte doch bei Terrakium noch ein paar mehr Raids machen, als ich eigentlich vorhatte. Was sagt ihr dazu? Terrakium? Ja, nein? Braucht man nicht, oder? Ist aber trotzdem ein cooles Pokémon. Ich würde sagen, das war es trotzdem von meiner Seite aus. Ich habe euch gezeigt, wie viele Giratina ich gemacht habe, wie viele ich gefangen habe, wie viele ich getauscht habe. Dann kam das 100er Glücks-Shiny dabei, was jetzt günstig zum Hochziehen war. Das hat die Folge beendet. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich kann auch noch mal zeigen, die Übersicht hier, welches jetzt die stärksten Pokémon sind, nach dem ganzen Zeugs. Das Letterking ist immer noch auf Platz 1. Dann habt ihr Regigigas, auch als 100er Glücks-Pokémon. Ihr habt das 100er Mewtwo. Ui, ihr habt die Dialga. Dann habt ihr hier Groudon. Das ist übrigens noch nicht auf 50. Da fehlt noch ein bisschen was. Also Groudon und Kyoko können auch gerne noch mal zurückkommen. Palkia ist auf 50. Demeteros auf 50. Raikwase auf 50. Die Despoda auf 50. Metagross. Wie heißen sie hier wieder? Mensch. Steht nichts dran. Gut. Alles auf 50 auf jeden Fall. Evil-Tal und Xerneas. Alles auf 50. Prudalanda. Darkrai. Lugia. Und hier ist auch dann das Giratina. Ist trotzdem ziemlich weit unten, aber ist trotzdem ein richtig cooles Pokémon, wie ich finde. Das also die neun besten Pokémon auf meiner Hand. Und wenn wir auch hier mal gucken wollen, Legendär. Und 4 Sterne, weil das auch immer viel gefragt wird. Insgesamt habe ich jetzt also 36 100%ige Legendäre. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele 100%ige Legendäre ihr habt. Ich finde, ich habe da doch ganz viel Glück gehabt, dass da eben so viele drin sind. Auch Zapdos, Lavados, das Rüstungs-Mutu, Raiko, Entei, Lukia, Latias, Latios, Kyokre, Groudon, Palkia Dialga, Heatran, Raikwasarige Gigas, Giratina, 2 Kobalium, Regiram, Segrom, Demeteros, Kyurem, Sakyan, also Session, und eben Xenias, und Evil-Tal. Wenn die irgendwann also als Shiny reinkommen, kann ich auch gemütlich einfach die XL-Bomber sammeln. Dabei wird sicherlich auch das Shiny dabei sein. Und auch auf Level 50 pushen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Morgen wird nochmal ein bisschen euer Gedächtnis aufgefrischt und ein paar Wissenslücken gefüllt. Und heute Abend chill mit Ramses. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.